Check gerne meinen Shop aus für die neuen Nice Sachen und die Camouflage Sachen, Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung, gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu, also gerne abchecken. Das ist schon erst ganz gut geworden, lasst dir einen Like da, lasst dir einen Abner, falls du nicht mehr nichts hast, musst du es ab und dann kannst du einen Tipp einschalten, macht dir eine Milliarde Likes, ich würde mich freuen, check noch den Shop aus, nice sein, schwarz-weiß hat sich schon so über ein Boot, blau, blau, schneide in vier Farben, gibt es hier das, das gibt es, Kissen, Kassenträume, nice LED Lampen am Start, Handyhöhlen auch am Start, in orange, blau, grün und gratis, gibt es auch noch zur Bestellung dazu, also gerne, gehen wir gerne abchecken, wenn ihr Bock habt, wäre nice, muss ich sagen, starten wir mit Müll, Leute, heute ist der Schiri Lasse, den haben wir noch nie gehabt, Lasse Lagerrot, schauen wir, die sich zur Starten der Rakete, lasst du nach, lasst du da raus, lasst du wieder raus, nur weil es Kellini war, damals roh, die gehen in den Zimmern geliehen, Lasse war der Einbrecher bei Kellini, das war nicht bei Kellini, Benucci war der Einbrecher, ja bei Benucci war der Einbrecher, aber Kellini hat bei Bonucci gehofft Gold, ich helf dir, brauchst Schilfe, ich komm her, ich fette, ich lasse die fetzen, ok, schauen wir mal, Leute, Neymar, ich hoffe doch, du machst das Ding jetzt. Dein Wertnäger kannst du raus. Neymar macht raus. Schön, gerade wieder mit Neymar zu schießen. Das erinnert mich so an die Demo. Das erinnert mich richtig an die Demozeiten. Komm, der ist gut. Der ist richtig saftig. Das ist ein normaler Neymar. Neymar kann wirklich die besten Auslaufsfreistöße. Bei Neymar sind die am besten. Sehr, sehr schön. Die Demo noch mal ein bisschen Zähne zeigen. Ich zeig Zähne. Ich zeig Zähne. Beste Weh, Alter. Kennst du nicht die Casey Rebel? Ich zeig Zähne. Ich zeig Zähne. Ich zeig Zähne. Ich zeig Zähne. So. An geht's. Let's see go, let's see go. Zieh durch, warte, warte. Was macht der für eine Ballkontrolle, ey? Was? Wie verfröscht es für mich, ey? Geil, warte, ich passe hier. Mannzukic hat genauso eine Ballkontrolle. Bleib locker, ey. Mannzukic ist doch klar. Er ist jetzt irgendwo nach Katar gewechselt, Alter. Mannzukic irgendwo nach Katar? Ja, irgendwo nach Katar ist so chillig, Alter. Der mal warm wird. Ich spiele da WM. Ich spiele WM allein. Ja, der lässt sich bestimmt eingewallen, Alter. Aber der spielt. Wenn du bei Kroatien vor noch... Ach, ey. Du, ein Jahr bevor gehst. Ich hör auf, ne? Bei Kroatien auch, du? Das hat er bei Katar noch nicht. Okay. Haben die ja damals auch gemacht mit den, ähm, mit den Handballern, Digga. Haben ja auch die ganzen, die ganzen Kroatien und so. Haben ja auch alle für Katar gespielt, Digga. Deswegen, wer weiß, Alter. Vielleicht irgendwann wieder ein paar Leute... Oh, der ist gut, glaube ich. Warte, der sieht eigentlich gut aus, so vom... Was ist das? Aber Ronaldo kann auch hier so hoch springen, weißt du? Ja, Ronaldo ist die Maschine, Alter. Ach, es kommt... Okay, boah. Hä? Was frest du da unten? Es geht falsch an dir, Alter. So nice. Was? So nice. Exakt dieselbe Position, ey. Na, 10 cm weit... Ah, 5. Aber ich hab da noch einen absoluten Ellenbogen. Ja, der hat keinen neuen Strich gemacht. Ich hab den nicht. Doch, hä? Der alte Strich ist nicht sporn. Ich hab grad gesehen, in der Sequenz vorher war der Strich da etwas weiter weg. Okay, na gut. Kann sein, Alter, ich weiß nicht. Na ja, egal. Schauen wir mal, wie der Freistoß diesmal läuft. Das sieht... Oh mein Gott. Boah, Digga. Alter, Ronaldo. Das ist ein Stani Ronaldo, ey. Das war wahrscheinlich... Ja, du gehörst schon zu den besten Freistoß, die Ronaldo jemals gezogen hat, Alter. Wenn nicht sogar der Beste, Alter. Der ist richtig krank reingegangen. Ja, gezogen, ja. Hab ich mir gezogen. Der ist ja richtig krank. Der ist nur so geil auf dem Boden, siehste. Der ist Latte, Forsten da rein, ne? Ja, ich weiß nicht, aber... Doch, doch. Hast du auch gesehen? Ja, das sah nicht. Das ist Latte, Forsten und... Boah, Alter. Stimmt, ey. Boah, Alter. Geil, ey. Ich glaub, der wär sogar rausgeflogen, wenn der nicht gegen die Forsten... Ich glaub, das war sogar vom Ding her der geilste Freistoß bislang von dem, Alter, Alter. Ja. Also der in dem Stile, ne? Jetzt nicht irgendwie Toxin oder so, aber in dem Stile, Alter. Mit Außenriss. Schönes Ding, Alter. Muss man sagen. Bester Außenriss ist ein Freistoß von Ronaldo am Start hier. Warte, warte, warte. Chill, chill, chill. Dann gibt der mir nicht... Sorry. Oh, genau. Ja, aber Bonucci halt. Aggressiv sind sie. Oh, wieder raus. Hätte nix. Was tun wir eigentlich den Toxin mit Neymar? Bonucci hat den einmal hergekommen. Einmal Kack, ey. Topsin. Sehr groß. Sehr, sehr groß. Es ist nur gelber Bonucci. Leonardo. Bonucci. Leonardo da. Leaaan. Finchi, ne? Okay. Ganz klar. Aggressiv. Na gut. Versuchen's mal jetzt mit Neymar diesmal so rumzudrehen. Das geht auch. Ich glaub. Ich hab's noch nie mit Neymar probiert, aber das geht auch gut. Neymar hat halt 80 kraft, aber... Das geht gar nicht. Der Trommel. Du musst ja eben weiterhin mit. Du musst ja heftig. Ja. Höher. Höher. Du musst ja heftig vier reinmachen. Ja, der ist gut. Das ist gut. Der ist gut. Zweiter Treffer. Leute. Vielleicht krieg ich alle vier rein, ey. Ist das erste Mal, Leute. Das ist echt. Du musst drauf schwitzen. Ja, Mann. Du hast schon mal alle vier gemacht, ne? Aber ich hab mal nie... Bei... Zwei Elber. Zwei Elber, ja gut. Das wäre... Bei Freistoin wäre es das erste Mal von uns beiden. Ist alle... Wir haben ja in der Demo nicht mal eine, Alter. Ne. Haben wir noch nie geschafft, Alter. Alle vier Freistoße zu wandeln ist halt auch krass, weil... Die Freistoße, natürlich sind die halt Skill, aber auch ne gibt's da Art und Weise auch immer ganz klar ein bisschen Glück. Deswegen, so komm, ich mach direkt... Warte, wo läuft der hin? Um den Vorteil auszuführen? Ich mach direkt meinen dritten. Auch gern zu den Sporn und dann kannst du noch deine drei gleich hintereinander ballern oder... Ne, zwei erstmal. Dann machen wir so. So. Ey. What? Das sind ja nicht mal Vorteile, ey. Was ist denn mit dem los, ey? Was ist denn mit dem los, ey? Was ist denn mit dem los? Was? Gibt das Ding? Warte, warte, warte. Chill, 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 chill. Chill, 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 chill. So, jetzt ruhig. Ganz entspannt, ey. Das war... Nein, nein, nein. Nein, nein. Ah, Mann, ey. Ja, chill. Alter, komm. Ey, Mann, ey. Was ist das? Ey, Mann, ey. Die Vorteile laufen immer wieder. Ey, der hat den so komisch zurückgezogen aus dem Mist. Ja, komm mal rein. Na, du zieh doch, ey. Mann, ey. Ronaldo. Mach doch rein. So, jetzt. Warte, chill jetzt. Warte, ruhig. Jawoll. Nice. Rabio. Rabio? Das war gar nicht Rabio. Rabio hat irgendeinen Vorteil noch gehabt. Ey, das sah gerade so aus, als... Nein, Vorteil von eben. Deshalb hat Rabio... Ja, aber das sah so aus, als wenn der Gretsch hätte nur ne... Zwei auf dem Trikot. Rabio hat irgendeine Sache. Ja, das war das Foul von eben, ey. Ja. Der hat gar nichts gegeben. Aber das... Das gerade hat der nächste gegeben. Nächste gegeben. Naja, das war nämlich ein Zweier. Wer war denn der Zweier? Wer war denn das? Ah, da hinten. Der Ciglio. Na gut. Der Ciglio ist davon gekommen worden. Vergessen. Ne, er hat wirklich vergessen. Hätte vergessen? Er erzählt vergessen. Dann hätte ja Rabio vergessen. Oh Mann, aber nicht der Ciglio. Boah, der ist noch perfekt. Ein Stück nach... Nein, ich bin nicht rumgetroffen. Nein, boah. Ich weiß nicht, Schilder. Da war es mit allen vier, ey. Ja, aber ich bin nicht schön mit allen. Das war das Schilder. Das heißt... Ach komm, mach mal. Ich mach noch mal einen. Ich will noch mal einen, den die Torwart hier probieren. Weil Neymar hätte jetzt vielleicht den... Warte, warte, warte. Warte, warte. Halt, mach mal ein. Neymar hätte vielleicht den nötigen Skill dazu, den den Torwart... Oh nein, du kannst doch auch den noch probieren, Alter. Warte, warte. Lass mich positionieren, ja. Warum muss ich jetzt nicht mich hin? Ich muss ein bisschen weiter nach links. Ja, genau. Nennst du nach? Ja. Warte, warte, warte. Nein, andere, warte, andere. Nein, 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 das ist egal. Da gibt eh wieder nichts, siehst du, ey. So. Schiri, warum hat der nicht eben Freistoß? Nein, warte, warte, ruhig. Warte, 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 ruhig. Du, 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 du. Jetzt gehen Stuhl an links. Ja, ist egal jetzt, Alter. Schiri, Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Ich hab ihm ein halbes Bein gebrochen, ey. So, das ist ein bisschen weit weg. Jetzt wird es vielleicht noch einen Meter besser. Ja, aber... Der Meter macht auch nicht. Ja, er macht es auch nicht. Das sagst du, ne? Er macht es auch eigentlich nicht, deswegen. Aber bei der, bei der Position... Ah, weiß ich nicht. Ja, probier, wie du willst. Das musst du nicht machen, ne? Nur, wenn du Bock hast. Ja, so ist gut von der Weite nach außen. Er ist gut. Er ist gut! Oh nein, du, Alter. Was war das, Alter? Junge, 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 Junge. Das ist der beste Freischuss von Ronaldo. Das war der beste Freischuss. Ey, die zwei beste Freischuss hintereinander gefangen. Boah, krasses Ding, ey. Der kam mit so viel Power da rein. Boah, ey. Torwart sah ein bisschen... Torwart sah jetzt nicht perfekt aus. Aber der war genau im Winkel. Ja, Mann. Puh. Ronaldo hat es aber... Also nur bislang Ibra und Ronaldo, ne? Messi hat es... Oder hat es Messi... Messi hat es nicht geschafft. Bislang haben es nur Ibra und Ronaldo gepackt. Diesen Freistoss, Alter. Shit, Alter. Schönes Ding. Aber versuch mal jetzt. Vielleicht... Neh mal jetzt nach, Alter. Wäre zu vieles gut. Zwei von diesen Freistoßen in einem Video, Alter. Das wäre zu vieles gut, Alter. Das wäre ein Bestoff schon. Das wäre ein Bestoff. Alter, ich muss ein bisschen rüber. Ich hab dich noch beruhigt. Ah, ich weiß. Warte, warte, warte. So. Nein, nein. Nein, nein. Warte. Warte. So. Ach, scheiße. Ja doch. Probiert. Bei dir war es auch dieselbe Höhe. Den höher. Deswegen, vielleicht ist es sogar besser, wenn du ein Stück weiter hinten bist, ey. Mal sehen, mal sehen. Na gut. Wir werden es jetzt erfahren, Leute. Mal sehen, ob ein Neymann den Skill genauso drauf hat. Mein letzter, ne? Ja. 2-2. Scheiße, Alter. Okay. Ja, komm. 2-2 wäre ich zufrieden. Machst du ganz außen? Nein, nein. So bin ich nicht ganz außen. Ganz außen weißt du doch eh immer, dass... Ja, der ganz außen geht immer voll vor. Ja. Da. Ah. Ah. Komm. Mach! Nein, der war richtig schlecht. Der hätte durchlassen können. Ey, der ist schwer, Alter. Muss man sagen. Das ist ein schweres Ding, ey. Du hast noch einen, ne? Oh, das ist noch zwei. Oder? Wie viel hast du noch? Oh, oh. Wie viel hast du noch? Ich hab einen. Einen noch, ne? Okay, das heißt, du kannst noch den Sieg holen mit Ronaldo. Ah. Alter, Mann. Jungs, lass doch mal den Ball durch. Kann auch beim Unentschieden bleiben hier. Ja. Nächste Gegend. Ich glaube, du hast das schon verdient eigentlich, Alter. Ah, Mann. Ja, warum liegst du auch vor, ey? Ja, ich hab den versucht, den in die andere Richtung vorzulegen. Ja, gar nicht vorlegen. Du darfst nie vorlegen. Mann. Du hast mich zweimal getollert. Hör doch auch. So, läuft noch mal so. Nein. Das ist zu vieles gut. Ach, wie willst du? Ne, das wär zu vieles gut, ne? Also, man darf nicht über... Ja, weil würde man den anderen zerstören. Ja, das muss im nächsten... Schön rot. Okay, muss glatt aus. Muss im nächsten Mal rauskommen. Okay, letzter Freakick für Cristiano Ronaldo. Kann auch den Sieg rauskommen. Muss man sagen. Ähm... Muss er drin sein. Nicht unentschieden, aber okay. Und... Es wird der Sieg für Ronaldo. Schönes Ding. 3 von 4 ist echt gut, Alter. Echt gute Elbe heute geschossen, ne? Elbe. Elbe. Schreibt hier einen Tisch. Einschalten. Macht hier eine Milliarde Likes mit mir voll. Checkt mir den Shop aus, ne? Nice. Schwarz-Weiß hat sich jetzt rüber. In roh, rühe, blau und in orange. In vier Farben. Das hier gibt es. Das hier ist der E-Ton. Kissen. Das ist der Turbo. Nice. Eddie Dina. Auch am Start. Händel. Auch am Start, ne? Orange. Blau. Und... Abchecken. Abchecken. Und... Gratis. Danke. Gibt es auch eine zuhörer Bestellung dazu? Checkt gerne, ob ihr Lust habt. Das war's. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt in die Kommentare, wer gegen einen antreten soll. Gegen Ronaldo. Macht's gut. Und... Ciao.